Ich hätte noch 5. Du musst ganz neugierig sein, von Grinsen! Ja! Da geht nicht! Machen 3,7! Gut, 5 Patronen, warte! Ich möchte dich nicht beeinflussen, gell? Gut! Konzentriere, du bist unter der Käseglocke, du merkst du vom anderen alles nichts. Wirst du konzentrieren, komm und mich hier gut anschauen. Hä? Hä? Wie gesagt, du bist unter der Käseglocke, vom anderen merkst du alles nichts. Du bist für dich, konzentriert, zuverschiegt dich. Also! Hä? Achtung! Spannende Waffe nicht laden! Zäpflein zu tun, Kopf versorgen.